müssen wir mal gucken vielleicht mal raus place place paula ist ja nicht das problem sind davon rechnet ja immer noch hier kacke im können ziehen sie haben wir nicht wir haben nur eine zirn biete das kann sein das kann sein dass wir nur eine haben ja wir haben wollen ja dann nimmst du die zirn pflanze pflanzt sie an was der mehr raus und machen die ganze zeit weiter würde ich halt gerade noch vermeiden irgendwann kann man das nicht vermeiden muss das ja auch herstellen der platz sieht das hier aus und teilt das in den ja ja da habe ich dir noch hand Und Clay. Ja, genau. Ah, hab ich auch noch hier drinnen. So, du kannst das dann verteilen. Oh, ich das mal. Oh, ich hab ja kein Essen mehr. Ah. Naja, hab ich hier noch. Mensch. Zwei. Da fehlt ja alles. Nur Flames Team. So, drei. Aber mein Klapp, oh, dieser Regener. REGEN! Kohle, wenn man sie nutzen könnte. Zwei davon. Zwei braune. Und so viel... Baustück. Ähm... Gucken wir mal. Ja, der Regen ist echt schlimm. Ähm... Äh... 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 ... 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